Und hier noch ein Video von Holzbienen, die an meiner Platteerbse ihren Nahen gefressen haben. Die Platteerbse ist von alleine aufgegangen, also die wächst hier schon länger. Die habe ich sozusagen geerbt und ich habe ein nettes Gerüst gemacht, damit sie sich da auch wohl fühlt. Ich habe sie aber auch in der Hecke. Ich dachte immer, das sei ein Wicken, nun weiß ich es besser. Und die Holzbiene ist ein sehr dicker, beeindruckender schwarzer Brummer mit wunderschön blau-grün irisierenden Flügeln. Und bevorzugt offensichtlich an der Platteerbse. Ich habe auch viele Fotos von ihrem Internet gefunden, da sieht man sie eigentlich auch immer an der Platteerbse naschen. Die Platteerbse hat ja auch wunderschöne Blüten, ich kann das absolut verstehen. So, viel Freude damit. Das klärche aus.